Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Das Kapitalmarktjahr 2023 war gar nicht so schlecht, oder? Überraschend gut, wenn man denkt. Wir haben nach wie vor Krieg in der Ukraine, es ist ein zweiter Konflikt im Nahen Osten zugekommen. Inflation ist für die meisten auch noch ein Riesenproblem. Trotzdem auf der Aktienmarktseite eine sehr positive Jahresentwicklung und auch Anleihen haben einen guten Teil ihrer Kursverluste vom Vorjahr wieder aufgeholt. Aus beiden Seiten Aktien und Anleihen eigentlich bis jetzt ein sehr gutes Jahr 2023. 2022. Schauen wir mal auf die Inflation, die ist ja schon ein wenig zurückgegangen, auch in Österreich. Wie wird es denn da weitergehen? Da sind wir weiter positiv. Und vielleicht auch etwas Wichtiges zum Mitnehmen vom heutigen Jahr fürs Nächste. Für gute Kapitalmarktentwicklung muss die Situation nicht toll sein. Es reicht, wenn sie weniger schlimm ist als befürchtet. Und das zumindest sollte man auch 2024 schaffen, unserer Meinung nach. Zum Beispiel Energiepreise, wenn wir uns die gleich ansehen, die sind ja schon Ende letztes Jahr massiv runtergegangen. Damit hat eigentlich die Verbesserung begonnen. Dass Europa genug Gas hineinbekommt zu vernünftigen Preisen. Man sieht in der Grafik vielleicht, die untere Linie ist der Gaspreis für Europa für den Großhandel. Der ist ja schon seit Anfang des Jahres sehr tief. Das heißt, unsere Energieversorger konnten seit der Gas billig einkaufen. Und jetzt kommt das langsam auch beim Endkunden an, indem sie aus diesen Lagern das billig eingehaufte Gas jetzt auch weiterverkaufen. Also man sieht hier eine anhaltend tiefe Gaspreise. Auch der Ölpreis trotz Konflikt. Die obere Linie ist die globale Ölpreisentwicklung. Trotz dem Konflikt im Nahen Osten. Ein kurzer Anstieg hat man gesehen, aber inzwischen sind wir auch hier tiefer, als was wir vor diesem Drama im Gazastreifen waren. Das heißt, von der Seite her bekommen wir keinen großen Druck. Was für die Inflationsseite heißt, dass die ja auch schon schön zurückgekommen ist und da noch Luft hat nach unten. Was man in der Grafik sieht, ist die durchgezogene Linie, die obere, ist die durchschnittliche Inflationsrate in der Eurozone. Und die kommt schön zurück. Also seit Jahresanfang sind wir ja von zweistellig herunten schon auf 2,4%. Also wir haben im Eurozone-Durchschnitt schon einen Zweier vom Komma bei der Inflationsrate. Wenn wir denken, Inflationsziel EZB 2,0, da wären wir gar nicht mehr weit weg davon. Jetzt weiß ich, in Österreich sind wir höher. Die gepunktelte Linie, die da so ein bisschen hinten nachläuft, das ist die Inflationsrate für Österreich. Auf den ersten Blick ein Drama. 5,4 statt 2,4. Also auf mehr ist doppelt so hoch. Viele Gründe haben jetzt nicht die Zeit dazu. Der Punkt ist, auch die, wie man sieht, kommt schön zurück. Die läuft so ungefähr drei, vier Monate hinter der Eurozone hinten nach. Also das sind die Aussichten auch sehr gut, dass in Österreich die Inflationsrate jetzt dann langsam zurückkommt. Bleibt das jetzt langfristig so, dass sich die Inflationsraten wieder so um das EZB-Ziel einpendeln? Nein, es sieht es mir nicht schlecht aus, dass wir uns nahe über dem EZB-Ziel einpendeln werden. Was heuer geholfen hat, natürlich dieser Energiepreisrückgang. Und der günstigere Vergleich ist vom Vorjahr. Was manchen nicht so bewusst ist, Inflationsrate misst ja nicht das Preisniveau. Wenn das Inflationsrate jetzt zurückkommt, heißt das ja nicht, es wird wieder so billig wie vor zwei Jahren. Das Preisniveau bleibt höher, aber es steigt nur nicht noch einmal so stark. Es steigt eh jedes Jahr nach oben das Preisniveau. Da wird nichts billiger im Durchschnitt, aber es steigt nicht mehr so stark. Und das misst ja die Inflationsrate. Also da ist es nicht schwierig runterzukommen. Das muss dabei zweieinhalb Prozent, knappe zwei Prozent einpendeln. Wäre jetzt nicht so schwierig, ohne einen neuen Energiepreis-Schock zum Beispiel. Was auch hilft, die Konjunktur ist sehr schwach. In Österreich sind wir bereits in einer Rezession. Zweites, drittes Quartal schon geschrumpft die Wirtschaftsleistung. In der Eurozone wahrscheinlich jetzt mit dem vierten Quartal ebenfalls in einer Rezession. Also es wäre dann auch in der Eurozone das zweite Quartal schon. So heißt das, sehr schwache Wirtschaftsentwicklung. Das hilft natürlich, die Inflationsrate runterzubekommen. Genau das will der DZB mit ihren Zinsanhebungen erreichen. Höhere Zinsen dämpfen die Konjunktur. Schwächere Konjunktur macht es Firmen schwieriger, Kosten über höhere Preise weiterzugeben und so weiter. Inflation wird wahrscheinlich nicht mehr so tief wie vor Corona, dass wir um die ein Prozent schwanken. Aber das war für die DZB eh zu tief. Aber dass wir uns da um die zwei Prozent mittelfristig stabilisieren. Danach sieht es nicht so schlecht aus. Jetzt haben wir ja von den Notenbanken in diesem Jahr einige Erhöhungen gesehen. Jetzt dreht sich das Ganze wieder. Die Erwartungen sind eher wieder auf sinkende Zinsen angelegt. Wie ist da langfristig unser Ausblick zu den Anleihenmärkten? Wir haben das wahrscheinlich der positivste Faktor fürs kommende Jahr hoffentlich. Weil was Aktien- und Anleihenmärkten letztes Jahr 2022 sehr wehgetan hat, waren diese unerwartet starken, schnellen Zinsanhebungen. Das tut allen Anlageklassen weh. Mehr hat man in den Portfolios gesehen. Jetzt sind wir heuer fertig geworden mit den Zinsanhebungen. Mehr braucht es natürlich jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, mit der Konjunktur schwach. Was ja das Ziel der Zinsanhebungen war, kann man Hackerl darunter machen und sagen, Ziel erreicht. Mehr brauchen wir nicht. Inflationsrate, die runterkommt, das ist ja das langfristige Ziel der EZB, ist eigentlich genug Platz, nächstes Jahr wieder Zinsen zu senken. Das erwartet der Markt inzwischen auch zu einem guten Teil schon. Man sieht es ja in der Grafik vielleicht ganz gut. Das ist der Leitzins in Europa, der Europäischen Zentralbank, mit dem starken Anstieg zuletzt auf 4 Prozent, der relevante Leitzins. Das ist höher als in den letzten zwei Zinshochs vor 10, 15 Jahren. Also das reicht normalerweise. Das wäre das Erste, was man da sieht. Und da ist jetzt auch wieder viel Platz kommendes Jahr runterzugehen. Zum Beispiel Marktteilnehmer aktuell erwarten, dass wir kommendes Jahr 2024 schon 1,5 Prozentpunkte runtergehen bei den Zinsen. Quasi von 4 auf 2,5 Prozent. Wenn man sich das hier in der Grafik ansieht, ich habe da so einen roten Pfeil reingemacht. Dieser 2,5 Prozent wäre ungefähr der langfristige durchschnittliche Zinssatz, den man in normalen Zinszeiten vor der Finanzkrise gesehen hat. Also auch ein relativ vernünftiges Ziel, wo sich mittelfristig der Leitzins dann einkennen könnte. Was bedeutet das dann für Anleiheninvestoren? Wie kann man sich da am besten aufstellen für die nächste Zeit? Guter Punkt, weil die Idee ist ja, viele Anleger freuen sich jetzt über die hohen Sparaufzinsen. Verständlicherweise. Haben wir jetzt zehn Jahre lang nicht gehabt. Genießen, Schweigen und Genießen. Problem ist nur, wenn die vorige Grafik stimmt, dass wir jetzt am Zinshoch sind und jetzt dann die Notenbank mit den Leitzinsen runtergeht, dann gehen natürlich auch die Sparbuchzinsen 1 zu 1 runter. Das heißt, wenn die Zinsbindung im Sparbuch ausläuft, bekomme ich bei der Verlängerung natürlich nicht mehr annähernd dieses Zinsniveau, sondern deutlich weniger. Die Idee wäre daher bei solchen Zinshochs, wo wir unserer Meinung nach jetzt sind, sich dieses Zinsniveau möglichst ein paar Jahre einzusperren. Und dafür gibt es zwei klassische Instrumente, das sind Anleihen. Anleihen ist quasi, ich borge jemandem Geld, ein Unternehmen, ein Staat und der zahlt jedes Jahr einen fixen Zinssatz aus. Und der bleibt aber fix über die Laufzeit dieser Anleihe. Das heißt, damit kann ich mir über mehrere Jahre, mit Anleihe mit fünf Jahren, mit zehn Jahren, mit 100 Jahren Laufzeit, den Zinssatz länger einsperren. Was üblicherweise etwas ist, was man versucht, wenn man am Zinshoch ist. Also wäre aus unserer Sicht jetzt eine gute Zeit, auch bei Anleihen, Anleihenfonds etwas zu tun. Nur ein Beispiel, die Grafik hier, die Linie hier zeigt, was im Durchschnitt der Staat Österreich auf zehnjährige Staatsanleihen Zinsen zahlen musste. Man sieht, wir waren da zwischendurch unter Null sogar, in der Nullzinsphase. Jetzt ist die Linie nach oben geschossen durch die Zinsanhebungen. Dieses Zinsniveau kann man sich halt jetzt mit einer Anlei auch über mehrere Jahre dann sichern oder mit einem Anleihenfonds. Weil vielleicht noch ein Punkt, das Niveau markiert vielleicht nicht, manchen begeistern, drei Prozent auf zehn Jahre österreichischer Staat. Ich weiß, im Sparbuch bekommt man aktuell mehr, aber man kann ja auch Unternehmensanleihen zum Beispiel kaufen, guten Unternehmen das Geld borgen. Da redet man dann schon von gut vier Prozent oder mehr, schlechten Unternehmen rauf bis sieben, acht Prozent. Der Punkt ist nur da, einzelne Unternehmen sind natürlich nicht so sicher wie der österreichische Staat. Das heißt, da wäre es wichtig, das breit zu streuen über viele Branchen, viele Unternehmen. Das erreicht man zum Beispiel sehr gut mit einem Anleihenfonds, wo solche Anleihen auf 50, 100 Unternehmen entsprechen, das Portfolio aufgeteilt ist. Jetzt hast du vorher erwähnt, Österreich ist in einer Rezession, eigentlich der deutsche Markt, Teto, Europa wahrscheinlich auch. Ist das nicht unbedingt ein guter Einstiegszeitpunkt für Aktien? Naja, das Umfeld per se ist kein, also wenn die Wirtschaftsleistung schrumpft, ist es normalerweise Gegenwind für Aktienmärkte. Definitiv, unbestritten. Muss man auch sagen, industriseitig auf der Industrie haben wir global seit einem Jahr schon ungefähr Rezessionen. Also wir sind ja sogar schon relativ lange drinnen, dass es die Kurse groß gestört hat, weil Inflation kam runter, Zinshoffnung kommt auf, dass die bald sinken. Das war alles wichtig. Aber vielleicht auf den Punkt gebracht. Das erste ist mal, wenn es um die Aktienmarktveranlagung geht, es muss nicht toll werden das nächste Jahr. Es reicht an sich, wenn es ein bisschen besser wird als befürchtet. Hat man heuer schön gesehen. Wir hatten heuer ein tolles Aktienmarkt, ja. Weil die Erwartungen entsprechend schlecht waren. Und was uns auch immer bewusst sein sollte, auf der Aktienmarktseite, also über viele Unternehmen global gestreut investiert, das macht man mit einem langen Horizont. Fünf Jahre, zehn Jahre, damit sich eben genau solche Korrekturschwankungen ausgleichen. Aber okay, wenn man jetzt genau sicher vom Timing her wäre, jetzt kommt quasi der nächste Aktienmarkt-Einbruch. Was spricht dafür, spricht dagegen. Aus meiner Sicht ist es eigentlich für den zukünftigen Ausblick nicht so schlecht, dass jetzt alle schon wissen, was wir jetzt hier reden, ist ja Common Sense. Dass wir in Europa, in Deutschland, Österreich in einer Rezession sind, das ist allgemein schon bekannt. Das sollte in den Kursen drinnen sein. Wie geht es nach einer Rezession weiter? Dann kommt der nächste Konjunkturaufschwung. Wie wir aber auch wissen, die beste Phase, zumindest das letzte halbe Jahrhundert, für Aktienmarkt waren immer die Jahre raus aus einer Rezession. Das heißt, auf den Punkt gebracht, wir haben natürlich ein Restrisiko, dass die aktuelle Rezession länger dauert, tiefer wird die nächsten Monate. Nur wenn, sollte es relativ bald passieren. Das ist ein Thema für die nächsten sechs Monate. Und was dann anschließt die nächsten paar Jahre, ist aus meiner Sicht der Korrekturaufschwung, so wie immer. Und das sind halt sehr, sehr gute Phasen für den Aktienmarkt. Das heißt, was man als Investor wahrscheinlich aus meiner Sicht überlegen sollte, ist, will ich jetzt noch, um auf meine volle Aktienquote zu kommen, weil die brauche ich langfristig, um vernünftig Geld zu verdienen aus meiner Sicht. Um auf die zu kommen, warte ich jetzt noch drei, vier Monate und dann kommt der Tag X, wo ich weiß, jetzt ist das tief und dann alles hinein. Oder bin ich mir nicht so sicher, dass ich den Tag X erwische, irgendwann die nächsten sechs Monate. Was wir dann immer empfehlen, ist, auf diese sechs Monate einfach aufgeteilt zu investieren. Das heißt, scheibchenweise ein Drittel gleich vielleicht und den Rest Monat für Monat über die nächsten sechs Monate, neun Monate zum Arbeiten zu bringen, in so zum Beispiel einen Aktienfonds zu investieren. Dann bekomme ich nämlich einen guten Durchschnittskurs über die nächsten sechs Monate, in meinem Beispiel. Jetzt hast du gesagt, eigentlich in der Rezession ist es ja ein günstigerer Einstiegszeitpunkt, langfristig gesehen. Wie viel Rezession ist denn schon im Markt eingepreist? Ja, das passt zum Vorhergesagten. In der Grafik, die Linie in der Grafik, die rauf und runter geht, ist für die größte Wirtschaft in der Eurozone für Deutschland das Konjunkturbarometer. Linie oben gute Konjunktur in Deutschland, Linie unten schlechte Konjunktur in Deutschland. Und da sieht man zum Beispiel die globale Finanzkrise und da sieht man die Corona-Rezession, letzten Herbst war der Tiefpunkt in der Energiekrise und so weiter. Aktuell ist die Konjunkturstimmung eine Spur besser als hier am Tief der Corona-Krise oder vielleicht am Tief der globalen Finanzkrise? Naheliegenderweise, weil so tief ist die Rezession aktuell nicht. Das ist genau dieses Restrisiko. Kann das kurzfristig noch tiefer werden, noch heftiger werden? Klar, dann würden auch Aktienmärkte nochmal nachgeben. Das ist das stärkste Argument, dass man sagt, es ist nicht jetzt schon wahrscheinlich der beste Tag auf die nächsten zehn Jahre zu investieren, sondern vielleicht die nächsten sechs Monate. Das ist stufenweise. Was man in der Grafik schon sieht, die Stimmung ist entsprechend schon, die Konjunkturlage ist entsprechend schon relativ schlecht. Und das ist bekannt und das ist gut, weil das wissen dann auch die Investoren, entsprechend sind auch die Unternehmen gepreist. Nämlich relativ günstig gepreist, wie es zu so einer schlechten Konjunkturlage passt. Das ist also die Ausgangssituation, die man sich ins Portfolio legen möchte für die nächste Konjunkturholung. Aber die Aktienkurse sind ja eigentlich schon recht, recht hoch. Wie kann man da jetzt noch von günstigen Bewertungen sprechen? Ja, das stimmt. Das passt irgendwie nicht zusammen. Europäische Aktienindexe sind eher an den Höchstständen und die Konjunktur ist aber zwar nicht an den Tiefständen, aber relativ tief unten. Der Punkt ist folgender. Eine Aktie oder ein Aktienindex, ein Durchschnitt von Aktien, ist ja nicht nur billig, je nachdem, ob der Kurs hoch oder tief ist. Billig heißt ja immer, was muss ich bezahlen für das Unternehmen in Relation zu dem, was das Unternehmen verdient im Hintergrund. Das sind zwei Dinge, die das beeinflussen und das habe ich da mal versucht zusammenzubauen. Wir haben da zwei Linien drauf. Die untere gelbe Linie zeigt für einen breiten europäischen Aktienmarktindex, die paar hundert größten europäischen Unternehmen, deren durchschnittlicher Kurs, wie sich deren Kurs, deren Marktpreis an der Börse entwickelt hat seit Beginn, seit vor Corona, seit 1.1.2020, bevor dieses ganze Desaster losgegangen ist mit Corona und so weiter. Da sieht man natürlich die Einbrüche, Corona-Krise, Energiekrise, bla bla bla. In Summe sind wir jetzt ungefähr 10% im Plus, was über vier Jahre ziemlich mau ist. Das sind zweieinhalb Prozent per anno. Ist jetzt nicht brüllend. Aber wer hat doch eine Krise nach der anderen? Das heißt, da werden jetzt einmal ein paar gute Jahre fällig, da wird man von unserem Durchschnittsertrag kommen. Der Punkt ist nur, die schwarze Linie ist, was die gleichen paar hundert größten Firmen in Europa im Hintergrund tatsächlich verdienen. Das sind die Unternehmensgewinne dieser Unternehmen. Und da sieht man ja klar, die brechen auch ein mit Corona, mit der Rezession, holen sie ja wieder, sind aber inzwischen 40% höher als die Kurse. So heißt es, ich zahle aktuell für dieses Bündel europäische Unternehmen an der Börse 10% mehr. Das ist das, was wir bei den Kursen sehen. Die Aktienindice sind relativ hoch, schauen teuer aus, aber sie sind relativ günstig bewertet, passend zur aktuellen Rezession, weil die Firmen verdienen jetzt auch 40% mehr als vor diesen ganzen Krisen. Das heißt aber, da gibt es 30% jetzt Bewertungslücke. Anders gesagt, um ein Drittel sind die Firmen aktuell günstiger bewertet, als Anfang 2020, wie diese ganzen Krisen losgingen. Und das ist genau das, was Bewertungen ausdrücken. Bewertungsseitig sind wir in Europa gepreist für eine Rezession, für eine leichte, für keine schwere, für eine leichte Rezession. Das waren historisch relativ gute Einstiegspunkte, relativ gute Punkte, um Aktienquote aufzustocken, wenn danach eine Konjunkturholung kommt, was früher oder später passiert. Das heißt, alles in allem klingt dir das gar nicht so schlecht. Schauen wir auf die Branchen. Gibt es da bestimmte Branchen, die in einer Rezessionsphase mehr leiden als andere? Oder wie könnte man sich da positionieren? Ja, passt gut. Also ich würde es auch wirklich an der Konjunkturenrezession aufhängen. Weil es gibt klassische Branchen, die sehr stark mit der Konjunktur mitgehen. Das heißt, wenn die Konjunktur schlechter wird, überproportional verlieren. Industrietitel zum Beispiel oder Energiewerte, Banken gehören da auch dazu. Das sind alles Branchen, die auch stark in Europa in den Indizes vertreten sind, in den Aktienindizes vertreten sind. So gesehen, das wären alles Branchen, die von einer Konjunkturholung dann die nächsten paar Jahre eigentlich sehr stark profitieren sollten. Da hätte ich mir jetzt schwer, große Unterschiede zu machen. Jetzt haben wir im heurigen Jahr einen Run in der Technologiebranche gesehen. Was für Auswirkungen bekamen wir da? Technologie wäre klassisch nicht eine Branche, die sehr konjunkturabhängig ist. Das heißt, das wäre jetzt nicht mein erster Favorit, den ich jetzt kaufe für Konjunkturholung auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Was jetzt für Technologie spricht nächstes Jahr ist, wenn jetzt wirklich die Zinsen stark zurückkommen. Technologietitel waren besonders empfindlich für dieses steigende Zinsniveau. Also die würde ich, wenn, dann kaufen, weil ich sage, die Zinsen gehen jetzt kräftig runter, dann sollten die den Rückenwind bekommen, den sie durch die steigenden Zinsen gegen Wind hatten. Kaufen auch, aber aus einem anderen Grund. Gerade bei den großen Tech-Titeln ist ja heuer schon relativ viel passiert. Da haben wir schon eine ganz tolle Performance gesehen. Ist da schon was eingepreist? Ja, das stimmt definitiv. Also bei dieser Handvoll großen US-Technologiekonzerne, die ja die Performance-Treiber im abgelaufenen 23er-Jahr war, da ist schon recht viel an Kurseholung passiert. Da ist schon viel Vorschusslorben auf sinkende Zinsen nächstes Jahr auch drinnen. Für mich wäre die Konsequenz daher schauen, dass man nicht zu einseitig in diesen Titeln fürs nächste Jahr investiert ist. Bei denen großen Tech-Titel ist schon viel passiert. Das sind jetzt auch nicht die, die zwangsläufig von der Konjunkturverbesserung die nächsten Jahre profitieren töten. Fürs kommende Jahr, glaube ich, sollte man achten, dass man wirklich breit gestreut über alle Branchen reinkommt, damit man eben auch Rückenwind von dieser kommenden Konjunkturerholung hat. Das heißt, für das 2024er-Jahr ist ein guter Rat, investiert zu bleiben und möglichst breit gestreut zu sein. Genau, und zwar über alle S-T-Klassen. In diesem Sinn wünschen wir viel Erfolg und ein gutes neues Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank.